Die sich hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die neue Etagenwohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 2015 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Die Wohnung ist barrierefrei zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Wohnung ist luxuriös ausgestattet. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 68 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 948 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Jetzt frieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.